Liebes Amnesty, erstmal möchte ich ganz, ganz herzlich zum 50. gratulieren und was die Zukunft anbelangt, wünsche ich euch wahnsinnig viel Kraft, viel Durchhaltevermögen, auch Freude an dem, was ihr tut, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Menschen zu helfen und ich wünsche euch vor allem viel, viel Erfolg, damit unsere Welt besser wird. Alles Gute.